Ahem, ein Gedicht. Voll abgefuckt und ungewöhnlich. Ob nun DayZ, Arcania oder Minecraft. Das Abo hab ich mir gleich drauf geschafft. Bock auf ein Game für nur ne Runde. Ist schon cool für so ne Stunde. Drum do you wanna be my homie? Wanna see my channel? Please show me. Naja, wie dem auch sei. Die LPs von den Mastern, der letzte Schrei. Schreien wird hier niemand. Rein aus Schmerz. Außer Max macht's wieder. So nen schlechten Scherz. Hohoho. Die treuen Gucker, die lieben sie. Master LPs eigene Form der Poesie. Dem einen gefällt's, dem anderen auch. Wie ne Droge, die man einfach braucht. Und wehe, der Channel gefällt dir nicht. Dann probier's mal, Hacke dich. Ansonsten bleibt nur abzuschalten. Aber halt, das wäre doch nicht auszuhalten. So ganz ohne die blöden Sprüche. Ganz frisch aus Teufelsküche. Mit den Mastern will ich den Tag verbringen. Und vor Freude laut ein Liedchen singen. Lalalala. Aufhören. Genug mit den billigen Reimen. Nur hör ich auf, hier rumzuschleimen. Aber pst. Ja, genau du. Ja. Hast du denn schon den Kanal studiert? Am besten gleich mal abonniert. ARD Text im Auftrag des WDR